Hallo Leute, hier ist Corrupted und ihr seht's, wir waren lang nicht mehr hier und wir waren schon mal wieder The Walking Dead. Es sind noch zwei Episoden, die wir machen müssen. Ich hab's ein bisschen schleifen lassen, ich hab's lang nicht mehr gemacht. Es gibt auch leider nicht mehr ganz so viele Leute, die The Walking Dead gucken wollen, aber natürlich zeug ich's durch. Und ich mach ein bisschen längere Parts, so um die 40 Minuten. Und ich hoffe, dass wir so Episode 4 von 2, 3 Episoden durchbekommen. Und jetzt sagen wir, es geht auch schon los, also bis gleich. Vorher auf The Walking Dead. Shut up Carly! I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem... You're not coming with us. I don't know much about you folks, but I can tell you, as sure as the sun's gonna come up tomorrow. Y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah, you need to know if they're okay and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. Hey, bostas. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementi. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether he wants you to or not. Now, what I know... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Die laufenden Toten. So, die sind wir wieder. Ich habe gesehen, was sie alles machen müssen. Wir müssen ausfinden, wer dieser Typ war, der Clementine, auf dem Walkie-Talkie herrufen hat. Und die müssen ihre Eltern finden. Wir haben viel zu tun. Und Kenny muss zum Boot, damit er endlich vom Festland abhauen kann. Die Sticker sind süß. Kann ich es nicht halten? Lieber nicht. Ähm... Just for a little while? We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now. I need you to focus. Keep your attention on the street. Okay. Sorry. How's he'll need it? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny. How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? There's sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. So far we're the only people who have the idea of the boat. What the hell? We're going to find other people who have the same idea of the boat. And that's probably a few months before us. Maybe this city is not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Hello? Hello. Are you there? Ich würde erstmal von der Straße runtergehen und dann mit ihm reden. Also ich mein... Was in der Hölle war das? Hat jemand versucht, uns mit uns zu schreien? Das klingt mehr als eine Warnung. Schau nicht, für wen die Bellen schreit. Was hast du mit dem Schreit? Es schreit für dich. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Okay, wir sollten uns irgendwo verstecken. So schnell. Der... Können wir laufen? Everybody! Run! Hat ihm die Nase abgeschossen? Hashtag Michael Jackson. Äh, Kenny! Kenny! Tschö, tschö, tschö. So. A little too close. Don't you think? Ben! No, Ben, help us! Ben, tu was! Ben! Goddammit! Fuck on! No! Get the hell out of here. I'll catch up with you. Ich glaube, dass wir nicht packen sollen. Ich bin schlecht. Stimmt. Ich hab alle auf einer Seite umgelegt. Jetzt müssen wir uns wegrennen können, oder nicht? Okay, weiter. Oh, gib mir einen fucking Freude! Warte, wo der hell ist Tuck? Tuck! Doch, Tuck! Hach damit! Oh, tschö! Das ist in Ordnung! Wir müssen ihm helfen! Ich will ihm helfen. Er hat Clementine gerettet. Wir helfen ihm. Es gibt keine Zeit. Wir müssen jetzt gehen. Jetzt! Ich will mich nicht schlagen! Aber einfach gehen! Du kannst nicht entfalten, ich hätte ihm gern geholfen, er hätte Klampton gerettet oder so, hätte es auch verdient, wegzukommen. Dort ist er ausgestattet. Ich werde die Tür holen. Ah, fuck you. Du bist okay? Ja. Du hast deine Wundung abgeführt. Du schlägt. Oh Gott, er wird infectiert werden. Wir müssen ihn in die Tür holen, schlägt ihn ab. Kenny, wie kommt die Tür? Ich arbeite an ihm, ich arbeite an ihm. Wir arbeiten schneller, würde ich? Es wird nicht lange dauern, bevor die Dinge draußen herausfinden, wo wir gingen. Du wirst wissen, dass sie Blut riechen können. Lass mich mal sehen, ob ich uns hier ein Weg finden kann. Schauen wir mal. Es kann uns erst mal wieder bewegen, nach Wochen, wow. Uh, okay. Gucken wir, wie es um ihn geht. Wie sieht er aus? Ich bin okay. Du bist nicht okay. Du hast wieder öffnet deine Wundung, du hast du Blut verloren. Und Gott nur weiß, was könnte in da sein werden. Es kann sein, es kann sein, es kann sein... Kein Entschuldigung, aber du musst wirklich arbeiten auf der Bedeutung. Mhm. Ich versuche nicht zu bemerken. Es ist immer noch schlimmer, als es wirklich ist. Aber wenn es ein Bisschen ist. Ja, es ist nicht ein Bisschen. Wir werden dich verabschieden. Ich werde dich in die Tür holen. Ich bin da. Leigh? Ja? Ja? Kein Problem. Kein Problem. So, Ben. Wir haben Wörter zu reden. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Ich verstehe. Über das Dach vielleicht. So, Klemmen. Reden wir mal. Ah. Ähm. Nein, sie haben uns nicht gesehen. Wir waren zu drei Frauen. Ich kann sie immer noch hören. Es scheint, wie sie näher kommen. Es ist nur deine Erinnerung. Ich fühle mich sicher, wenn wir im Haus sind. Ich beeile mich hier schon. Kann ich noch mit ihr reden oder wahrscheinlich noch? Ja, nicht viel länger jetzt. Ich hoffe so. Es wird kalt hier raus. Oh. Hm. Und. Das ist ein Hundehütte. Ich habe noch nicht mehr zu trinken. Die Hundehütte ist noch nicht sinnvoll. Das müssen wir wohl machen, ne? Ich werde halt dann jetzt keine Hundeleiche, sondern einfach einen Schlüssel vergraben. Könnte ich mir vorstellen. Den Gutsversteck. Ich habe noch nicht. Gott weiß was, bis wir einen Weg in das Haus finden. Dann lag ich wohl falsch. Tut mir leid. Okay. Äh. Dann. Ne. Okay. Okay. So geht es nicht. Ich bin ein Wunsch. 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 Wir haben hier, die Leute noch in der Zeit. das Haus. Wie kommt es? Hast du noch einen Weg in gefunden? Die Tür ist festzuhalten. Es ist zu schwer, um es zu beurteilen, ohne eine ganze Menge Geräusche zu machen. Vielleicht gibt es einen besseren Weg in. Wenn es gibt, dann habe ich es nicht gesehen. Vielleicht sollten Sie sich umschauen. Schauen Sie, was Sie finden können. Nein? Okay. Den Baum ist auch nichts drauf. So. Ich glaube nicht, ich will beginnen, um Gott weiß was, bis wir einen Weg in das Haus zu finden. Das kann ich auch nicht. Vielleicht müssen wir uns darüber reden. Nicht gut, so lange als wir hier draußen sind. Willst du bitte einen Weg finden, um uns hinein zu finden? Okay. Doch nicht. Ich sehe aber echt auch gar nichts. Aha. Aha. Ach komm. Warte, hab ich das dort angewählt? Da unten. Hallo. Lass sie anwählen, bitte. Gut halt nicht. Ich sehe das doch da unten, oder? Ach, ich habe es angewählt. Warte mal. Hey, hallo. Da unten. Die Katzenklappe, oder was auch immer das ist. Kann ich nur durch. Nein? Okay, dann nicht. Nein. Keine Ahnung, dass wir das öffnen werden. Jetzt zumindest ohne viel Ruhe zu machen. Nein. Also ich sehe es ja hier unten, aber ich kann es glaube ich gar nicht anwählen. Okay, das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Hallo, kann ich irgendwie... Nein? Hier, das da unten will ich gerne anwählen. Danke. Ach komm schon. Ja. Da, das geht. Das geht. Oh. Nein, doch. Jetzt. Oh, komm schon. Jetzt. Nein. Pfff. Ich sehe es doch hier unten, aber ich kann es nicht anwählen. Das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, aber ich finde die Anwahlmechaniken... in Walking Dead nicht wirklich gut. Ihr seht es ja auch hier unten. Da. Nein. Jetzt. Komm. Wir werden das machen können. Was ist das? Es ist wie eine Art Pettkarte hier. Ich habe es schon versucht. Das ist auch lockt. Wer ist das? Da haben wir es. Ach komm, das müssen die Hundilleiche da hinbringen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Dann haben wir es gelöst. Geht doch. Wir müssen den Klemmentemmel durchschicken wahrscheinlich, ne? Hey. Sei vorsichtig. Schrauben tot Dinge zu schrauben, das ist nicht was es damals war. Weißt du was ich meine? Ja. Gibt Zombiehunde? Oh, was ist da unten drin? Da. Nichts. Clem, geh über und sitz mit Christa und Omi. Okay? Aber ich will... Mach nur was ich sage. Okay? Ach komm. Das war doch überhaupt nicht beleidigend. Oh, Gott. Der Geruch. Zambiehund. Nicht so schön, ne? Uäh. Okay, das ist nicht cool. Jesus. Bist du okay? Ich bin okay, honey. Es ist nur das Geruch. Bist du sicher, du... Ich sagte, ich bin okay. Okay? Okay? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich denke nicht mehr zu. Ja, du sollst es zu. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Siehst du irgendwas da drin? Nein. Sieht so, dass es noch ein paar Zeit ist. Clem, du hast dann Hilfe. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let's see if I can reach up in there. Be careful, man. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can... Clem... Clem, are you okay? Say something! Good job, Clem. Yeah, way to go. I did good, right? Yes, you did. You did good. Can we maybe have this conversation inside? My leg starts to hurt like hell. Oh... It looks okay from here. Everybody in. Sorry, sorry. No, it's okay. I'm good. I feel better already just being off my feet. Thanks, babe. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So, both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. Whoever that was on the radio, I think they were trying to help us. They did warn us, didn't they? Maybe you're back. But whoever it was, they're watching us. Following us. And they don't want us to know who they are. I can't think of any explanation for that that would make me feel better. Can you? We need to make sure Chuck is okay. Once it's quieted down outside, we'll all head towards the river. See if we can find him. Deal? Suit yourselves. And I'm not gonna wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. The place seems secure at least. I feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Okay, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door. Understand? Okay. Okay. Yep. Machen wir. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo. Why don't you just see if Chris and Omid need anything, okay? Okay. Okay. So. What's here drin is? I'm not that hungry, since I need to finish checking the downstairs. The stairs. No power. Alles verleichtert. Alles verleichtert. Frenzel Frosty Grund So Cukup Kenapa ini? Kenapa ini? Seperti tempat Berfungsi Cuktif Berfungsi Ich bin gut. Ich fühle dich. Was denkt ihr über das Plan von Kenny? Der Mann ist verletzt. Schau, Lee. Ich weiß, er ist dein Freund und alles. Aber du musst aufhören. Der Mann ist auf der Seite. Und ich weiß nicht, ob ich da sein will, wenn er über ihn geht. Kenny, Sonne. Er hat sich viel durch. Das ist alles. Ich hoffe, du bist richtig. Für alle unsere Sache. Ich finde, diese Haus war ein Schuss. Ich mag es viel besser, wenn wir sicher wissen, dass es sicher ist. Ich werde sicher. Aber jetzt fühlt sich nur die Zeit, die wir brauchen. Vielleicht unsere Schuss beginnt. Ich möchte das glauben. Wirklich, ich würde. Ich werde sicher, ich werde sicher. Ich werde sicher, ich werde sicher, dass es sicher ist. Danke, Lee. Ich werde sicher, dass es sicher ist. Ich hoffe, dass das Haus sicher ist. Hast du alle die Räume, um sicher zu sein zu machen? Nein, aber ich werde es sich umsuchen. Okay, bei denen können wir erstmal nichts machen. Bücher. Was ist das? Achso. Nicht genau in meinem Stil. Nicht genau in meinem Stil. Jesus! Was? Was ist passiert? Was? Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nur nichts. Wir müssen uns aufpassen. Alles klar in dem hier. Super. Ja, gucken wir mal hier. Ist da was drin ist? Hoffentlich nicht. Ne. Super. Was ist das? Es ist kein Problem. Wir sollten uns hier ein bisschen gut sein. Wir sollten uns hier ein bisschen was. Wir sollten uns hier ein bisschen was. Achtung bis es sich umsuchen. Danke. Es ist gut. Er ist gut? Ja, jetzt. Aber ich bin wirklich Angst, dass sein leggeist wird. Ich glaube, dass du keinen meden hast, während du da bist? Nein, nur dog food. Und da ist ein whisky in der dritten. Ich habe nur gefragt, Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf der Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was er will? Go ahead, Clem. Es ist okay. Du hast keine Probleme. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht zu helfen. Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe ihn gesagt, dass ich meine Eltern gefunden habe und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will mir helfen. Clementine, honey,信 mir, das ist nicht was er will. Er... Lee? Oh, Gott. Lee, du musst hier aufhören, jetzt! Was ist falsch? Es ist Kenny. Oh, Gott. Okay. Kenny sagte, er dachte, er hat etwas da gehört. Er ging, um zu schauen. Er ist da? Ich kann ihn nicht umbringen, um zu runter zu kommen. Bleib hier. Er ist da. Kenny? Ich denke ich muss. Oh Gott. Oh Gott. Kind of looks like duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. He couldn't do it before. Can't do it now. I can't ask you to do this, man. I'll take care of it. Like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. Oh, this was it. Poor kid. Must have tried to hide out up here until he starved to death. This could have been Clementine, if I hadn't found the one I did. Ach. Dear Mentionsparner. I'm sorry. This, this, this. We should bury him. I'll take care of it. Oh, God. He'll take care of it. He'll take care of it. Yeah. He'll take care of it. Oh, zur selben Rund, komm. Dann vergraben, aber. Oh man, so lange unseren Leuten nix passiert. Halb so wild. Hä? Mach mal. Darum guck ich ihn alle zwei Sekunden an. Mensch. Und weiter so. Ja? Ja? Mann. Ja? 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 Olen. Ja? 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 Du sagst, dass ich immer zu bleiben muss. Ich weiß, es ist nur das Mal. Manchmal haben wir alle was wir wollen, um das gut der Gruppe zu stellen. Hey, keine Angst. Ich werde zurück, bevor du es wissen willst, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Super. Hoffentlich verkack das diesmal nicht so wie beim letzten Mal und schießt dann auch wirklich. Naja. Wir werden sehen. Haben sie auf dem Weg gemacht? Ja. Sieht zumindest sehr so aus. Das ist sehr nieblich, ja. Naja. Langs macht mir Kenny so ein bisschen Angst. Naja. RLW 670B. Viermal. Ja. 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 Du bist ein Mann. Dieser Mann ist mit uns wieder. Das ist eine andere Trap. Nein. Hör. Das ist nicht die gleiche Bälle wie vorhin. Das ist weiter weg. Alles klar. Alles klar. Alles klar wird, das wird den Tod da übernommen. Das ist doch gut. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Was in der Hölle ist passiert? Stuck. Diesmal hilft uns wirklich. Ich weiß nicht, aber die Person, die 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 Bälle ringt, könnte uns ein Vorteil machen. Alles klar, Mann. Ich finde, wer das macht, werde ich die Bälle ringt für sie. Gut. Das waren nur vier oder so, oder? Oh nein. Vier Zombies. Eine Boote, stimmt's? Ja klar. Da muss man sein. Da muss man sein. Da muss man sein. Na, du bist sicher? Das sieht nicht so aus. Ich glaube nicht. Vielleicht müssen wir anfangen, um ein Plan B zu denken. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der einzige, das wir haben. Und du schreitst auf die Leute, wie du in der Haus in der Hölle gemacht hast, das nicht genau zu helfen. Du schreitst. Ich bin nicht so einfach. Da ist ein Boot hier, aber ich glaube, es ist kaputt. Ja. Aufgespießt. Damit halt auch... das könnte man noch einmal sein. Das kann man sein. Das könnte man sein. Ich habe gesagt, es könnte sein. Das könnte sein. Das könnte sein. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Fischen Captain, nicht ein Miracle Worker. Ich werde es nachschauen. Schau es raus. Du schaust weiter nach der Wasserfront. Vielleicht gibt es etwas auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass wir zu weit entfernen sollten. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Siehst du den Weg nach der Wasserfront von hier. Siehst du, was du finden kannst. Okay. Oh Gott, was sind das? Ach, Zombies. Was ist das? Was ist das? Ist das eine Zombie-Mauer? Oh Gott. Sieht so aus, ne? Great. Es braucht eine Karte, um zu arbeiten. Hier ist diese... Zombie-Mauer. Wenn ihr den Film 300 gesehen habt, erinnert mich das sehr an die Perser-Mauer, die die Spartanen gemacht haben. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Warnung? Was ist das denn? Hallo, du. Wie geht es hier? Nein. Nicht schießen. Richtig. Was ist das denn für Stäbe? Der Markierung von vorhin wieder, ne? Weiß ich nicht. Musst du mir sagen. Keine Ahnung. Wird wohl ne Münze drin sein, hoff ich mal. Ja. Oben. Dir. Machen wir hier noch mal. Das ist wahrscheinlich auch. Gäufe hat es wahrscheinlich doch nicht so. Es ist mir gedacht, dass die ganze Stadt aufbauen wurde. Für alle die Gute es hat getan. Hm. Ich würde sagen, bevor wir die Münze finden, machen wir hier eine kurze Pause und ihr seht dann beim nächsten Mal wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat dir voll gefallen, hier war jetzt ein bisschen länger, extra viele ganzen Leute, die jetzt so lange auf Walking Dead gewartet haben. Also bis zum nächsten Mal, Leute, euer Corrupted, und bye! Hab ich gerade ein Ostrei geworfen? Wie geil! Okay, kann ich einsammeln? Vielleicht hätte der Typ ja Angst vor Eiern. Vielleicht kann ich ihn damit umbringen. Vielleicht ist er homophob mit Angst vor Eiern. Okay, langsam wird's gruselig dunkel. I hate life. Okay.